Holadio, Thema heute, fleischfressende Pflanzen. Grundsätzlich vielleicht als kleine Enttäuschung, nein, die gibt es nicht in Übermannshoch. Nein, sie können auch keine Feuerbälle verspucken und beißen auch niemanden den Kopf ab. Das ist zwar irgendwie schade, aber andererseits vielleicht auch ganz beruhigend. Also wer sowas in die Richtung erwartet, den muss ich leider, leider enttäuschen. Denn fleischfressende Pflanzen haben unter anderem die Gemeinsamkeit, dass sie alle ziemlich klein sind. Sie sind nicht alle 100% harmlos. Es gibt tatsächlich welche, bei denen man seinen Finger einfangen lassen kann. Es gibt auch einige, wo man, wenn man sehr lange wartet, versuchen kann, seinen Finger verdauen zu lassen. Aber das braucht eine ziemlich lange Zeit und so lange Zeit hat wahrscheinlich keiner. Darum versuche ich mich hier auch ein bisschen kurz zu fassen, um einen kleinen Einblick in die sehr faszinierende Welt der Karnivoren. Um, also fleischfressenden Pflanzen zu geben, ist sicher ein sehr schöner Einstieg in die Botanik. Für Leute, die mit der Botanik noch überhaupt nicht warm geworden sind. Und für alle anderen ist es eine tolle Erweiterung zum vorhandenen botanischen Wissen, weil viele Eigenschaften, die fleischfressende Pflanzen eben mal haben, sie von allen anderen Pflanzen grundlegend unterscheiden und eine ganz andere Art und Weise der Lebensraumerschließung ermöglichen, weil sie halt eben nicht auf die üblichen Limitierungen, die Pflanze zu sein, nun mal so mit sich bringt, angewiesen sind. Außerdem sind fleischfressende Pflanzen einige der wenigen Pflanzenarten, die über relativ viel Bewegungsmechanismen verfügen. Eine Pflanze ist ja per se nicht dafür bekannt, dass sie sich besonders viel bewegt. Da sind die Fleischfresser eine gewisse Ausnahme und haben in vielen Fällen mehr Bewegung drauf als so eine orthonormal verbrauchende Pflanze. Mal vom Wachstum abgesehen, das kann natürlich jede Pflanze, das können andere auch schneller, aber zusätzliche, nicht dem Wachstum dienende Bewegungen. Da haben sie schon einiges drauf, die guten Garnivoren. So, und jetzt werden wir uns ein wenig damit beschäftigen, das ist übrigens ein Sonnentau, kommen wir gleich zu. Wo wohnen die denn und warum wohnt da niemand anders? Das ist nämlich ganz entscheidend, dass sie immer da wohnen, wo sonst niemand mehr kann. Warum wohnen sie da und mit welchen Eigenschaften fangen sie, beziehungsweise mit welchen Methoden fangen die denn jetzt nun ihre Beute, da sie das ja allgemein gemein haben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten von Fallen. Fallen verwendet tatsächlich jede Carnivore-Pflanze, also keine steht auf und rennt irgendwie der Fliege hinterher. Auch wenn das sehr spannend wäre, aber das gibt es leider nicht. Und daher sind die Fallstellmechanismen schon sehr entscheidend. So, und zum Schluss werden wir dann nochmal ein bisschen überlegen, wie denn bitteschön Bewegungen im Pflanzenreich eigentlich funktionieren. Wie kann das klappen, dass beispielsweise die Venusfliegenfalle innerhalb von wirklich sehr kurzer Zeit ihre Klappe zumacht und dann selbst ein schnelles Lebewesen wie ein Insekt damit einfangen kann. So, das ist so ungefähr die Agenda und damit legen wir jetzt los. Ja, um die Besonderheit von Fleischfressern so richtig zu verstehen, müssen wir uns erst nochmal kurz ein kleines bisschen Gedanken machen. Das ist jetzt für manche von euch wahrscheinlich ein alter Hut, aber trotzdem, wie funktioniert denn generell so der Konkurrenzkampf von Pflanzen untereinander? Ja, also vielleicht für diejenigen, die wirklich zum ersten Mal sich mit Botanik auseinandersetzen, ja, es gibt einen Konkurrenzkampf von Pflanzen untereinander, nämlich der ums Licht im Wesentlichen. Ja, stellt euch doch einfach mal spaßeshalber irgendeinen unbewachsenen Boden vor und jetzt geht es plötzlich los mit dem Pflanzenwachstum. Ja, da kommen jetzt allerhand Samen her, woher auch immer, einfach puff sind sie da, ist jetzt erstmal egal und jetzt versuchen alle Pflanzen zu keimen und hochzuwachsen. Und der wesentliche Prozess, der hier stattfindet, ist der Kampf ums Licht. Wer zuerst oben ist, ist am nächsten am Licht, kann am meisten Schatten auf alle anderen um sich drum herum schmeißen und hat damit das ganze Licht für sich alleine. Wer am meisten Licht hat, kann am schnellsten Photosynthese machen, kann am schnellsten Wurzel produzieren, hat damit automatisch auch am meisten Wurzel und am meisten Wasser und im Wasser gelöste Nährsalze zur Verfügung. Und damit haben wir im Grunde auch schon die drei wesentlichen Bausteine, die von der Pflanzenernährung erforderlich sind. Wir brauchen einerseits Licht, je mehr, desto besser. Wir brauchen Wasser, je mehr, desto besser, beziehungsweise dem Licht der Lichtmenge angemessen im Idealfall. Wenn es viel dunkel ist, brauchst du nicht ganz so viel Wasser. Wenn es sehr viel hell ist, brauchst du sehr, sehr viel Wasser. Je nachdem. Und das sollte auch in einem gesunden Verhältnis zur Menge im Wasser gelöster Nährsalze stehen, wie zum Beispiel Calcium, Magnesium, auch ein bisschen Eisen oder Kalium beispielsweise, um ein paar häufige Vertreter zu nennen. Außerdem, und das geht so ein bisschen Sonderstatus einnehmend, Pflanzen brauchen wie alle Lebewesen auch die drei wesentlichen Nahrungsbestandteile, die man kennt, wenn man mal eine Diät machen wollte, nämlich Fette, Kohlenhydrate und Eiweiß. Und Kohlenhydrate sind für eine Pflanze überhaupt kein Problem. Die stellt sie aus Wasser und Licht selber her. Hat sich erledigt. Fette ebenfalls kein Problem. Kannst du aus Wasser und Licht mehr oder weniger auch 100% selber herstellen als Pflanze. Brauchst davon nicht so viel. Drum sind pflanzliche Nahrungsmittel meistens relativ fettarm, außer man frittiert sie. Und ansonsten ist das auch kein großes Problem. Dem Eiweiß hingegen, das stellt schon eher eine Herausforderung dar, weil das besteht unter anderem zu großen Teilen aus Stickstoff. Und Stickstoff mag in der Atmosphäre in riesigen Mengen verfügbar sein, aber leider kann mit N2, also dem elementaren Stickstoff, eine Pflanze überhaupt nichts anfangen und braucht irgendwelche Stickstoffverbindungen, die Pflanzen verfügbar sind. Das kann zum Beispiel sein Ammonium oder Nitrat oder theoretisch sogar Ammoniak, in gewisser Weise mehr oder weniger. Das muss irgendwie noch in den Boden gelangen, um dann durch die Wurzel aufgenommen werden zu können und dann steht es der Pflanze zur Verfügung und dann kann munter weitergewachsen werden. Dafür ist eine gewisse große Menge Stickstoff erforderlich letztendlich. Je nachdem wie groß die Pflanze wird, desto mehr braucht man davon logischerweise. Gut, das waren die Grundlagen. Jetzt machen wir uns nochmal klar, eine sehr, sehr große Pflanze hat eine sehr, sehr große Wurzel. Klaut mit der Wurzel allen anderen Pflanzen in der Nähe das Wasser, klaut allen anderen Pflanzen in der Nähe mehr oder weniger die Nährsalze, den Stickstoff und außerdem mit der großen Krone, die alles Licht wegnimmt, bleibt auch gar nicht so viel Licht am Waldboden beispielsweise übrig, wo so eine kleine Pflanze, und damit kommen wir zu unserem Bild hier, wie unser Sonnentau, der ein paar Zentimeter hoch wird, überleben könnte. Mit dem bisschen Licht, was da unten ankommt, keine Chance. Und davon abgesehen, wo soll der Wasser und Nährsalze hernehmen, der kann als so eine kleine Pflanze auch nur eine winzige Wurzel haben, damit kann er in keinster Weise anstinken, gegen die Wurzel von einer Rotbuche beispielsweise. Das heißt, als kleine Pflanze muss man sich irgendwas einfallen lassen, wenn man nicht bei den Größten und Stärksten mitkämpfen möchte und mitmischen möchte, um sich seinen Platz in der herrschenden Klasse, das heißt tatsächlich so, zu erobern, dann muss man halt eben irgendeinen Trick drauf haben. Und da gibt es jetzt im Pflanzenreich 700, 438 Quadrillionen verschiedene Tricks, was man denn macht, wenn man nicht der Stärkste ist. Ja, und einer davon ist eben unsere fleischfressende Pflanze hier. Und grundsätzlich haben alle gemeinsam, die nicht die Stärksten sind, sie müssen irgendwo hin ausweichen, wo die Stärksten nicht hinwollen. Denn die Stärksten gehen immer dahin, wo es am meisten Boden, am meisten Sonne, am meisten Wasser gibt. Da fühlen die sich am wohlsten, da können die am ehesten protzen. Gehst du aber hingegen zum Beispiel, wie jetzt hier bei unseren Fleischfressern, irgendwo hin, wo es zwar jede Menge Wasser und auch jede Menge Licht gibt, aber überhaupt kaum Nährsalze und so gut wie gar keinen Stickstoff, dann will deine Buche nicht mehr hin. Da will auch keine Fichte hin und auch keine Kiefer und nichts anderes, fast nichts anderes mehr, zumindest keine andere höhere Pflanze. Mose gibt es da dann noch, nämlich Torfmose. Was wir hier sehen, ist der rundblättrige Sonnentau, Drosara rotundifolia, ein typischer Vertreter der heimischen Moorflora, also eine Moorpflanze. Und in so einem Torfkörper, das muss man jetzt wissen, auf dem der Sonnentau direkt rumsteht, da findet sich Wasser immer durchgehend. Der ist komplett nass, überhaupt kein Problem. Die Sonne brutzelt da ordentlich drauf, weil da stehen keine größeren Pflanzen rum. Sonne, also auch kein Problem. Aber leider gibt es eben, und deswegen stehen da ja keine größeren Pflanzen rum, im Torfkörper so gut wie überhaupt keinen Stickstoff, also wirklich gefühlt null, fast kein Calcium, fast kein Magnesium, alles derart selten, dass da eigentlich ein richtiges Pflanzenwachstum fast nicht denkbar wäre. Wenn man dann eben nicht den Trick entwickelt hätte, sich vorbeifliegendes Eiweiß, inklusive Calcium, Magnesium etc. pp. anzulocken, festzukleben, umzubringen und aufzumampfen. Daher ist Carnivorie hier wirklich die einzige Möglichkeit für eine Pflanze, um in solchen lebensfeindlichen, pflanzenlebensfeindlichen Bedingungen noch überleben zu können. Das gilt auch für alle anderen ökologischen Nischen, nennt man das dann, in die sich Carnivore Pflanzen gesetzt haben, z.B. im tropischen Dschungel. Eine Pflanze, die auf einer anderen Pflanze wächst, nennt man einen Epi-Füten. Ähm, Epi für drauf sitzen, mehr oder weniger, und Füt ist halt eine Pflanze. Da kann es z.B. vorkommen, dass irgendein Keimling von unserer fleischfressenden Pflanze in die Astgabel eines 20 m hohen Bormes gelangt. Wie auch immer er jetzt da hingekommen ist, spielt keine Rolle. Da keimt er. So, und jetzt hat er ein Problem. Da oben ist meinetwegen genügend Licht. Nehmen wir jetzt einfach mal an, weil da ist irgendwo ein Loch in der Baumkrone und da kommt genügend Licht durch. Da ist auch grundsätzlich genug Wasser, weil wir sind im tropischen Regenwald, da regnet es jeden Tag, und die Luftfeuchtigkeit beträgt irgendwie 80, 90 Prozent und solche Späße oder auch gleich 100. Also wirklich eine unglaublich feuchte Umgebung. Eine kleine Pflanze kann da eigentlich niemals unter Wassermangel leiden. Blöd nur, jetzt hockt der da auf seinem Ast, unser Fleischfresser, und bekommt ebenfalls wieder keinerlei Nährsalze ab. Wo sollen die herkommen? Aus dem Boden kann er sie nicht nehmen, der hockt in 20 m Höhe, so eine lange Wurzel hat er nicht. Aus dem Ast selber kann er sie auch nicht nehmen, weil der hat eine gute Sicht der Rinde, da kommt er nicht durch. Da kann er sich bestenfalls daran festhalten an der Rinde, aber irgendwie den Wirtsbaum anzapfen als Parasit ist nicht möglich. Also ist auch hier wieder die einzige Möglichkeit zum Überleben und die er sich evolutionär auch durchgesetzt hat, die Tatsache, dass man ja möglicherweise irgendwelche vorbeifliegende Nahrungspakete für sich nutzen könnte, um eben den Bedarf zu decken. Also kommt es auch hier eben zu verschiedensten Formen der fleischfressenden Pflanze, mit allen möglichen Fallenmechanismen. So, und das wäre dann auch unser nächstes Thema, nämlich wie funktioniert denn so ein Fleischfresser eigentlich und welche verschiedenen Fallentypen gibt es. Und dazu sehen wir hier auch schon gerade das erste schöne Beispiel. Ein schönes Beispiel für eine sehr einfach funktionierende fleischfressende Pflanze, neben dem Sonnentau, der ist auch schon recht einfaches, simples Beispiel, mit Klebefallenmechanismus, ist unser Fettkraut hier. So, warum heißt denn das Fettkraut? Ist das so fettig? Ne, im Gegenteil, es ist sehr klebrig und in keinster Weise besonders fettig, im Sinne von glitschig, sondern diese Tröpfchen, die wir hier sehen können auf der Oberfläche, die so ein bisschen aussehen wie Fetttröpfchen, sind eben überhaupt kein Fett, sondern Zuckerwasser, im Grunde sehr stark konzentriertes, sehr klebriges Zuckerwasser und das erfüllt jetzt gleich ganz viele Funktionen. Nämlich erstens, es ist klebrig. Wenn du also als kleines Beutetier, sprich ein Insekt, ein möglichst kleines Insekt, da des Weges kommst und setzt dich da drauf, dann bleibst du mit den Füßen zumindest mal kleben, mit den Füßen, mit denen du gerade angekommen bist. Dann nimmst du einen anderen Fuß zur Hilfe, hast ja sechs davon und versuchst dich da dann wieder zu befreien und dann bleibt der auch kleben, bis halt letztendlich dann alle sechs Füße kleben geblieben sind. Und möglicherweise bleibt als erstes auch das Mundwerkzeug kleben, weil besagtes Insekt landet ja da ja deswegen, weil das Zuckerwasser ist. Und Zuckerwasser ist ja per se hoch energetisch und für einen Insekt eine super tolle Nahrung. Man kann so ziemlich jedes Insekt mit Zuckerwasser plus minus versorgen. Das wollen die alle haben. Fast, nicht ganz. Und daher lockt das jede Menge verschiedene Insekten auch an. Und ein Stück weit schaffen sie sicherlich hin und wieder auch mit dem Zuckerwasser abzuhauen und bleiben längst nicht jedes Mal kleben. Aber wenn sie dann doch mal irgendwann endgültig festkleben, dann haben sie eigentlich keine Chance mehr, da wieder wegzukommen und zappeln noch eine Weile. Und das ist auch in Ordnung, weil dadurch verbrauchen sie einen Haufen Energie und irgendwann sind sie schlicht und ergreifend verhungert. Jetzt nicht unbedingt ein schöner Tod, aber ein effizienter. Und da eine Pflanze eine Pflanze ist, hat sie grundsätzlich ziemlich viel Zeit. Viele fleischfressende Pflanzen können in ihrer Winzigkeit, auch wenn die nie groß werden, aber doch 50 Jahre und älter werden, einfach dadurch, dass sie immer auf Sparflamme leben und ein gemütliches Dasein fristen, bis dann mal gerade eben Beute da ist. Es reichen übrigens ein bis zwei winzige Käfer pro Jahr vollkommen aus als Beutetier. Und da ist also die meiste Zeit fröhliches Abwarten und auf der Lauer liegen angesagt. Gut, unser Käfer klebt da jetzt also fest und das können wir tatsächlich so ein bisschen sehen am linken Blatt. Da klebt schon was drauf. Ob das was Essbares ist, darf man fast von ausgehen. Und das Blatt oben drüber, also direkt oberhalb von unserem Beutetier, was da festklebt am linken Blatt, das beginnt bereits so eine Wölbung zu machen. Und jetzt gucken wir uns mal das Blatt, das noch oben rechts zeigt an, da klebt schon was drin in der Wölbung, die das Blatt da bereits gemacht hat. Und das ist tatsächlich ein Bewegungsprozess, dass hier unser Fettkraut in der Lage ist, den Rand seiner Klebeblätter einzurollen, um möglicherweise festgeklebte Beute, dann so wie ein Döner im Grunde, nee, wie ein Dürümdöner, so einzurollen und dann gemütlich zu verdauen. Und das ist es im Grunde, ja. Der Prozess dauert auch sehr lange. Das kann schon eine Woche in Anspruch nehmen, dieser Verdauungsprozess, oder noch länger dauern. Und häufig bleibt dann am Ende auch noch ein kleiner Rest übrig. Das sehen wir am Blatt, das, ja, ich sag mal, nach Südosten zeigt. Da hängen auch noch so Restchen drauf, die irgendwie nicht so aussehen, als würde sich da das Fettkraut die Mühe machen, da noch irgendwas rausdauen zu wollen. Weil mit den pflanzlichen Verdauungssäften, die hier zum Einsatz kommen, kann zum Beispiel das Chitinskelett von einem Insekt nicht wirklich zersetzt werden. Das Innere des Insekts, also das ganze Innenleben, das kann wunderbar zerlegt werden. Das läuft dann da auch aus verschiedenen Öffnungen raus. Ist eklig, aber ist so. Und diese Nährsäfte sozusagen, die sich dann aus dem Inneren des Insekts entgeben, die werden sozusagen von der Pflanze getrunken. Und den Rest, ja, der hängt dann halt immer noch dran. Weil wegwerfen kann er es nicht. Weil geht nicht. Früher oder später kommt dann irgendwer anders, der mit einem Chitinkörper was anfangen kann, vielleicht ein bisschen größer und stärker ist, als derjenige, der hängen geblieben ist, schnappt sich dessen ausgetrocknete Leiche, Mumie, nennen wir sie Mumie, und haut damit dann entsprechend wieder ab. Dem Fettkraut ist es egal, das hat ja alles bekommen, was es haben wollte. Deswegen ist es auch wichtig, dass die gemachte Beute eingewickelt wird, wie eben so ein Taco, ein Taco wollte ich sagen, genau. Damit halt nicht irgendwer anders vorbeikommt, der größer und stärker ist und die Beute da wieder rausflickt, pflückt und damit abhaut. Davon hat ja unser Fettkraut nichts. So, wie jetzt genau dieser Verdauungsprozess funktioniert, gucken wir uns nun an. Ja, und dankenswerterweise gibt es da im Internet diese schöne Grafik zu finden bei Wikimedia Commons, CC-Lizenz, ne? Das heißt, ich muss es nicht selber zeichnen und dafür können wir alle wirklich nur gewinnen, weil wenn ich versuche, was zu zeichnen, ist es hinterher bestenfalls hässlich und zweckdienlich. Das hier finde ich durchaus sehr, sehr gelungen. Also, wie gesagt, diese Fetttröpfchen, die Zuckertröpfchen sind, das sind hier diese weißen Bobbele, die hier mit Sekret bezeichnet sind und die werden abgegeben von jeweils einer einzelnen Drüsenzelle, die auf einer einzelnen Stielzelle sitzt und am unteren Ende sitzt dann eine Reservoirzelle, in der eben der Zuckersaft gelagert werden kann, in denen auch der Zuckersaft transportiert wird, von wo auch immer hergestellt wird, ein paar Zellen weiter wahrscheinlich, möglicherweise auch das Blatt nebenan, ist egal. Jedenfalls kann der durchaus über eine größere Entfernung transportiert werden, dann in diese Reservoirzelle gepumpt und automatisch nach oben austretend und dann bildet sich so ein Kügelchen. Ist das Kügelchen verbraucht, bildet sich automatisch ein neues Kügelchen, also sollte es jemand schaffen, zum Beispiel das wegzusaugen, das Sekret und damit abzuhauen, dann bildet sich automatisch ein neues und das Ganze wird automatisch quasi wieder aufgefüllt. Gut. Bleibt jetzt unsere Mücke, die da gerade ankommt, sehr unsympathisches, die ja böse Mücke, bleibt jetzt da irgendwie in dem Sekret hängen, dann zappelt sie ja rum und beim Versuch, sie zu befreien, wird sie sich wahrscheinlich an noch viel mehr von diesen Sekretknüppelchen festkleben und irgendwann entweder durch eigenes Zappeln oder spätestens durch die Einrollbewegung unseres Blattes. Hier links beginnt es bereits, sich zu krümmen. Spätestens dann wird sie auf die sitzenden Drüsen gedrückt, also das, was hier an der Blattoberfläche zu finden ist. Und die sitzenden Drüsen, die sind jetzt sozusagen der Magen, wenn man so will, oder das Verdauungssystem, von denen werden nämlich jetzt verschiedene Enzyme abgegeben, die in der Lage sind, ja insbesondere das Innere eines Inseks zu zersetzen. Unter anderem zum Beispiel irgendwas zum Aufbau, Aufbrechen der Zellen, dass man die Zellen kaputt macht und an die Inhaltsstoffe rankommt. Dann ist was dabei, was DNA in seine Einzelteile zerlegt, was dabei, was RNA in die Einzelteile zerlegt, was verschiedene andere Enzyme im Insekt kaputt macht und auch da wieder die Einzelteile rausholt. Und all diese ganzen Einzelteile, also es wird alles klein geheikselt sozusagen, biochemisch allerdings, ohne dass da jetzt irgendwelche mechanischen Prozesse stattfinden. Und das läuft, wie schon erwähnt, alles aus dem Insekt letztendlich raus, wird dann über die sitzenden Drüsen auch, äh, oder, oder, kommt auf die Pflanze an, kommt auf an, welche fleischfressende Pflanze wir hier vor uns haben. Aber in diesem Fall wird es dann durch die sitzenden Drüsen ins Innere vom Blatt transportiert und siehe da, die Nährstoffe sind in der Pflanze. Pflanze geht's gut, Pflanze kann weiter wachsen und weitere Jahrzehnte oder je nachdem, wie alt die wird, äh, überdauern. Das ist so die grobe Funktionsweise von sämtlichen Fallen, äh, Fallensystemen, die Fleischfresser entwickelt haben, die auf Kleben bleiben, basieren. Da gehen wir dann nochmal zurück zu unserem Sonnentau. Also das Klebesekret funktioniert hier genauso. Man kann die kleinen Tröpfchen ja sehen und an denen bleibt dann auch eben ein kleines Insekt hängen. Hier ist jetzt allerdings der Bewegungsmechanismus, der da eine Rolle spielt, wie ein anderer. Da kann sich das Blatt nicht so richtig einrollen, ein ganz kleines bisschen in der Mitte eine Vertiefung bilden, das geht. Aber vor allen Dingen die einzelnen Drüsenhaare mit der jeweiligen, mit den jeweiligen Tröpfchen am Ende, die sind beweglich und schließen sich dann wie so ein Gitter um die gefangene Beute. Also die bleibt hoffnungslos kleben und wird dann außerdem noch von zusätzlichen Klebetröpfchen von allen Seiten beklebt, die das Ganze dann, ja, ein bisschen spinnennetzartig da eben einbauen, auch wieder auf die Blattoberfläche drücken und von da kann dann durch verschiedene Drüsen eben auch wieder der Verdauungssekret abgegeben werden und die Verdauung starten. Wichtig dabei ist, dass eine fleischfressende Pflanze, damit sie das Verdauungssekret durch die Blätter abgeben kann beziehungsweise den verdauten Ausfluss aus der Beute aufnehmen kann, muss eine fleischfressende Pflanze, fast alle zumindest haben das so, Öffnungen in der Blattoberseite haben, die eben diese Nährstoffaufnahme auch erlaubt. Und das ist ein Problem, weil eine normale Pflanze hat mindestens auf der Blattoberfläche die sogenannte Cuticular, das ist eine Wachsschicht, die verhindert, dass irgendwie Wasser oder sonst was aus der Pflanze austritt, wenn die sich in der Sonne erwärmt, würde sie sonst viel zu viel Wasser verlieren und die Pflanze vertrocknet. Hier gibt es diesen Vertrocknungsschutz aber nicht, weshalb jede fleischfressende Pflanze zur Funktion der Fleischfresserei sozusagen automatisch darauf angewiesen ist, in einer Umgebung zu sein, die sehr, sehr feucht ist. Wie im Fall vom Sonnentau, das Moor, im Fall von unserem Fettkraut, das wächst in verschiedenen anderen feuchten Lebensräumen, sehr, sehr mosige, sehr, sehr nasse Wälder, da kann das zum Beispiel vorkommen, oder auch eben einfach auch im Moor oder in sonstigen Sumpfstandorten, sowas in die Richtung. Also die omnipräsente Verfügbarkeit von Wasser ist für den Fleischfressenprozess von Pflanzen von unbedingter Bedeutung. Ohne geht nicht. Das ist nochmal wichtig gewesen zu sagen. So, jetzt gibt es zum Beispiel noch die lustige Kelchfalle. Ja, und bei den lustigen Kelchfallen, da tut sich die Gattung Nepenthes hervor. Das ist eine der häufigsten und vielleicht die am meisten abgebildeten und auch gerne übrigens auch unter Pflanzenzucht, also einfach zum ins Zimmer stellen, verwendeten Kelchfallenpflanzen. So nenne ich sie jetzt einfach mal. Aber auch die ist fleischfressend, ist eine der vergleichsweise sehr großen fleischfressenden Pflanzen, vielleicht sogar mit einer der aller, 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 allergrößten und im Vergleich zu so einem Sonnentau schon ziemlich riesig. So, was haben wir hier für eine Funktionsweise? Also grundsätzlich sehen wir hier oben am Kelchrand dieses rote Gewebe, das dient dazu erst mal, ja, Insekten anzulocken. Wo rot ist, gibt es Futter. Da arbeiten ja viele Pflanzen mit einer auffälligen, farblich auffälligen Blüte, um eben Bestäuber anzulocken. In diesem Fall werden hier aber nicht Bestäuber, sondern Opfer angelockt. Und zwar keine Fluginsekten, Insekten, sondern unter anderem Läuse, Ameisen, Laufkäfer, sowas in diese Richtung. Wer fliegen kann, der rutscht da ja nicht runter, ohne wieder rausfliegen zu können. Drum ist es relativ entscheidend, dass es sich hier wirklich nur um nicht flugfähige Insekten handelt. Aber die kommen dann trotzdem angerannt, denken, da gibt es was Gutes, rutschen auf diesem unvorstellbar glatten Rand. Also selbst für Insektenfüße, die ja alle so eine schöne Kralle zum Festhalten haben, rutschen die auf diesem unglaublich glatten Rand relativ schnell runter. Teilweise haben die sogar noch eine Lipidmembran obendrauf, also eine Fettschicht, damit man sich da auch ja nicht festhalten kann. Und fallen dann da unten in den Kelch. Jetzt kann man auf dem Bild sogar ein bisschen erahnen, da ist so eine Linie auf halber Höhe des Kelches zu sehen. Bis dahin dürfte der tatsächlich gefüllt sein mit einem Verdauungssekret. Verdauungssekret. Deswegen wächst Nepenthes übrigens unglaublich langsam, weil dieses Verdauungssekret ständig zu erneuern, das kostet extrem viel Energie, das ist einfach teuer in der Herstellung. Darum bleibt nur wenig, ja letztendlich Zuckerderivat übrig für das normale Wachstum dieser Pflanze. Darum mag sie zwar eine große fleischfressende Pflanze sein, aber sie ist eine unendlich langsam, also vergleichsweise unendlich langsam wachsende Pflanze. Gut, das Zeug landet jetzt also da unten in dieser Nährlösung und wird da zersetzt und in der Nährlösung bleiben dann halt sämtliche guten Sachen übrig, die die Pflanze gerne haben möchte. Jetzt gibt es allerdings ein Problem. Wie kommt denn jetzt das leckere Zeug aus der Nährlösung zurück in die Pflanze? Natürlich hängt die irgendwo am Tropf, also dieser Kelch ist ja schon festgemacht, der hängt ja nicht in der Luft. Aber so richtig viel Nährstofftransport durch das normale Nährstofftransportsystem der Pflanze ist hier nicht möglich, weil dafür Pflanzenzellen ursprünglich nie ausgelegt waren, so eine Art Schlauch, durch den das transportiert werden kann, auszubilden. Drum ist es, also teilweise funktioniert das anteilig, drum haben sich auch viele Nepenthes-Arten überlegt, wenn genügend Nährsäfte zusammengekommen sind, stirbt das Ding halt ab, beziehungsweise viele dieser Kelchfallen-Arten haben sich das überlegt, dann läuft die ganze Soße runter, okay, aber die läuft dahin, wo ich meine Wurzeln habe. Und dann kann quasi die Wurzel, die da als allererstes drankommt, was die eigene Wurzel ist, das Zeug über die Wurzel aufnehmen und dann kann der Nährstoffprozess, Transportprozess, wie bei jeder anderen Pflanze auch, von der Wurzel in die Blätter, oder wohin sonst das Zeug jeweils gebraucht wird, normal erfolgen. Also auch das gibt es. Und es gibt natürlich eben die Variante, ja, man pumpt es halt doch durch den Stängel, an dem diese Gurke da dran hängt, wieder ab. Was es übrigens dann auch noch gibt, eine der ganz faszinierenden Varianten, ist eine Symbiose mit Ameisen, die im Stiel, den sehen wir hier nicht, von so einer Pflanze wohnen und der Stiel ist hohl. Ja, und die Ameisen haben eine spezielle Vorrichtung entwickelt, um trotz des super rutschigen Randes da runtersteigen zu können, da unten dann eben entsprechend rauszuholen, was reingefallen ist, das abzutransportieren, wieder hochzuklettern und über den rutschigen Rand wieder raus. Da dient also der Verdauungssaft unten im Kelch primär eigentlich nur dafür zu töten, was runterfällt, damit es die Ameise am Ende holen kann. So, was hat jetzt die Pflanze davon, wenn die Ameise ihr alles Zeug aus dem Kelch rausklaut? Na ja, ganz einfach. Die Ameise wohnt im hohlen Stängel der Pflanze mit dem Kelch. Und wenn die Ameise in dem hohen Stängel fröhlich aufmampft, weil sie sich eben aus dem Kelch geholt hat, dann fallen da ja auch mal Reste runter. Und so eine Ameise lebt nicht ewig, die stirbt irgendwann an Altersschwäche und fällt auch runter. Und alles, was runterfällt, landet dann quasi mit direktem Wurzelzugriff in der Mitte vom hohlen Stängel und da führen dann wiederum Wurzeln, die da reingewachsen sind, direkt die Nährstoffe über Wurzelsystem wieder in den Rest der Pflanze ab. Also auch hier kommt nichts weg, letztendlich. Und die Ameisen helfen zusätzlich noch dabei, dass eben die Insekten aus dieser schwer verdaulichen Situation in eine sehr gut verdauliche Situation überführt werden. Bleibt noch die Frage, wozu ist der Deckel da? Das Ding hat ja einen Deckel. Dieser Kelch, der kann sich ein Stück weit schließen, ist aber nicht, wie oft vermutet wurde, dafür da, dass der verhindern soll, dass da wieder jemand rauskriecht. Der Deckel hat also nicht wirklich einen Klappmechanismus. Sobald da was reingefallen ist, geht der Deckel zu und das kommt nicht mehr raus und muss irgendwann aus Erschöpfungsgründen unten in der Verdauungssauce liegen bleiben und wird verdaut. Nee, der Deckel dient vor allen Dingen lediglich dem Zweck, dass da nicht reinregnet. Weil wenn es da ständig reinregnen würde, und das ist ja ein sehr regenreicher Wald, wo das Zeugs vorkommt, dann würde der Regen ja einfach die Verdauungslösung, die sehr sauer ist, einfach so sehr verdünnen, dass die nichts mehr verdaut. Und dann müssen ständig neue Verdauungsenzyme produziert werden. Außerdem, wenn der ganze Kelch voll läuft, dann könnte ja ein reingefallenes Insekt oben auch einfach wieder rausschwimmen, in Anführungszeichen. Und der wäre dann so schwer, dass er wahrscheinlich abbricht. Also es gibt einen Haufen Gründe, weshalb einen Deckel zu haben im tropischen Regenwald durchaus eine gute Idee ist, falls man einen Kelch ist. So, jetzt kommen wir endlich zur prominenten Venus-Fliegenfalle. Vielleicht die spektakulärste fleischfressende Pflanze, die es so gibt, weil sie wie so ein Maul zupackt und die Beute beißt und dann verschlingt, gefühlt nicht wirklich, aber ist nah dran und ist wirklich sehr, sehr spektakulär. Es gibt auch kaum eine andere Pflanze, die auch nur ansatzweise eine so spektakuläre Fangstrategie wie die Venus-Fliegenfalle entwickelt hat. Entsprechend beliebt ist die auch als Zierpflanze in verschiedenen Haushalten. So, was wir hier sehen, ist auch schon die Falle und da wollte ich gerade mal zwei, drei Dinge besprechen. Nämlich erstens, wir haben hier diese Fühler, die so ein bisschen aussehen wie Zähne. Wenn das Ding jetzt also zusammenklappt, dann sieht das aus wie Zähne, die ineinander greifen und einen drinnen durch Gitterstäbe sozusagen der Beute unmöglich machen sollen. Das ist die Funktion. Ganz spannend ist jetzt aber, auf der Innenseite sind diese Fäden schon rötlich. Es gibt aber auch Venus-Fliegenfallen, bei denen die Innenseite noch mit einer UV-Farbschicht bestrichen ist, beziehungsweise die da halt einfach rausgewachsen ist. Und dieses UV-Farbspektrum, das wirkt für Insekten so, als seien die sehr, sehr dunkel, schwarz und verschwimmen vor dem Hintergrund. Das heißt, ein Insekt, das da reinfliegt, kann gar nicht sehen, dass da diese Antennen rausstehen oder kann es zum Beispiel nur sehr schlecht sehen und fühlt sich daher etwas sicherer. Weil das hat sich evolutionär durchgesetzt. Also scheinbar gab es mal ein paar Insekten, die diese Fangzähne in Anführungszeichen gesehen haben und das wohl etwas bedenklich fanden und dann nicht gelandet sind. Weil sonst würde sich die Pflanze nicht diese Mühe machen, die Fangzähne noch extra zu tarnen für die Facettenaugen von Insekten. Gut, dann ist das Innere der Venusfliegenfalle irgendwie farbenfroh. Das muss nicht immer zwingend rot sein. Da gibt es natürlich auch noch diverse Züchtungen, die anders aussehen. Aber es ist immer sehr, sehr farbenfroh und simuliert damit natürlich auch wieder das Innere einer Blüte. Komm her, hier gibt es was zu holen. Hier kriegst du Nektar, hier kriegst du Pollen. Tatsächlich wird auch wirklich eine gewisse Menge an Nektar, also Zuckerwasser, abgegeben im Inneren. Nämlich genau da in der Mitte, in der Falte sitzen da, was dies betrifft, ein paar Drüsen. Aber eine große Menge ist es nicht. Die kleine Menge zum Anlocken reicht aber auch schon aus. So, und dann können wir außerdem auch diesen Bild noch wunderbar erkennen, da sitzen so einzelne, gar nicht so viele Herrchen in der Mitte unserer Venusfliegenfalle. Und das sind die Bewegungsmelder sozusagen. Werden nämlich diese Herrchen oder eins davon in 20 Sekunden zweimal ein bisschen bewegt, also zweimal richtig geknickt, dann löst die Falle aus und das Ding knapp zu. Also das kann man tatsächlich genau messen. Die Zeitspanne beträgt 20 Sekunden und da mal eine doppelte Reizung. Es muss nicht das gleiche Herrchen sein. Es reicht, wenn eins davon, das eine betätigt wird und dann das andere betätigt wird. Also einfach ein größeres Insekt da drin, ein bisschen hin und her läuft und kommt zweimal an ein Herrchen, an einen Fühler sozusagen. Dann wird eine Signalinduktionskaskade ausgelöst, um es mal auf schlau zu sagen. Heißt, die Rezeptorzelle am Ende vom Herrchen gibt ein Hormon ab, soweit man das heute überhaupt weiß, so hundertprozentig weiß man es nämlich noch nicht, gibt ein Hormon ab und dieses Hormon sorgt dafür, dass dann innerhalb von kürzester Zeit und auf sehr schnellem Wege, also fast schon in Nervengeschwindigkeit, Pflanzen haben eigentlich keine Nerven, aber diese hier schafft es trotzdem irgendwie, das ist immer noch ein gewisses Rätsel für die Forschung. Allerdings nur diese hier, die allermeisten schaffen es eben nicht, kann dann das Signal sehr schnell weitergegeben werden und die Falle schnappt zu. So, und diesen Prozess, den gucken wir uns jetzt mal an. So, also ich versuche das hier mal mitzukommentieren, auch das gab es dankenswerterweise zur freien Verwendung unter Creative Commons im Internet zu finden und hier haben wir irgendeine Raupe oder was das sein soll, die da drin rumschlawenzelt. Die bewegt sich jetzt nur im Kopfbereich, ist also von den Fühlern relativ weit entfernt und hat wahrscheinlich beim Reinlaufen einmal einen Fühler ausgelöst, aber bisher hat sie kein zweites Mal einen Fühler ausgelöst, kann da also jetzt noch fröhlich das Zuckerwasser von der Wand ablecken und jetzt bewegt sie sich gleich etwas zu sehr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und dann macht es Klapp. Und diese Bewegung ist für eine Pflanze wirklich sensationell schnell, das hier ist jetzt Zeitraffer und hier sehen wir es gleich nochmal, Klapp und jetzt kommen auch diese Zähne ins Spiel, die eben verhindern, dass eine große oder eine sehr kleine Beute da wieder entkommen kann. Machen wir an der Stelle mal kurz Pause. Ich lasse das mal ein bisschen in Endlosschleife durchlaufen. Also nehmen wir jetzt mal an, da wäre jetzt nur ein sehr kleines Tier drin, das die Tastherrchen reizt. Ja, dann geht das zu und das haben wir ja im späteren Bereich von dem Filmchen gesehen, sehen wir auch nachher gleich nochmal. Nachdem das geschlossen ist, bleiben da erstmal zwischen den Fangzähnen gewisse Öffnungen übrig, beziehungsweise offen und ein sehr kleines Tier kann dann noch eine ganze Zeit lange rauskriechen. Erst nach einer gewissen Zeit, wenn das kleine Tier offensichtlich nicht entkommen ist und wenn dann über einen längeren Zeitraum keine Reizung der Rezeptoren mehr erfolgt, dann merkt die Pflanze, okay, ein kleines Tier ist mir entwischt, das heißt, da ist nichts mehr drin, ich klappe wieder auf und gehe nicht so richtig zu, wie man das jetzt gleich sehen kann, wo sie sich dann ordentlich zusammenzieht und versucht, das gefangene Tier richtig einzuschließen, richtig eng einzuschließen. Das ist nämlich wichtig, weil bleibt das Ganze so halb offen. Da kann das ja nicht funktionieren mit der Verdauung, weil für die Verdauung müssen jetzt wieder Verdauungssäfte abgegeben werden, Verdauungsekrete abgegeben werden und in dem Fall würde das ja einfach durch die Zähne und durch diese noch ansatzweise offene Klappmechanismus-Geschichte hier einfach rauslaufen, der Verdauungssaft. Daher ist es wichtig, dass sich die Pflanze im Zeitraffer dann gleich wieder zu sehen, auch um die Beute zusammenzieht, damit da nichts auslaufen kann vom Verdauungssaft und auch die späteren wertvollen Säfte aus dem Inneren des verdauten Tieres. Jetzt zieht es sich zusammen. Und jetzt kommt da auch nichts mehr raus und dann ist es dicht. Dass da halt nichts verloren gehen kann. Warum können kleine Tiere da noch entkommen? Warum ist es gewollt, dass kleine Tiere hier jetzt noch rauskriechen könnten? Das liegt einfach daran, dass sich dieser ganze Verdauungsprozess nur lohnt, wenn im Inneren der Klappe auch ordentlich was drin ist. Sonst wären die Kosten für die Verdauungsenzyme so groß, dass sich der Gewinn mit einem sehr kleinen Tier, das man gefangen hat, gar nicht lohnt. Das heißt, das kostet mehr, als das es nützt. Das spielt schon eine große Rolle bei unserer schönen Venus-Fliegenfalle hier. So, jetzt müssen wir uns noch unbedingt ein bisschen Gedanken machen, wie kann denn bitte schön ein so schneller Schließmechanismus funktionieren? Pflanzen sind doch langsam. Ja, dazu habe ich mal eine meiner berühmten extrem hässlichen Zeichnungen vorbereitet. Links sehen wir einfach ein Stück Pflanzenstängel beispielsweise. Der ist drei Zellschichten breit und die Zellen sind ungefähr alle gleich groß. So wächst es sich wunderbar gerade aus. Wenn es nach oben gewachsen werden will, bildet sich eine neue Schicht von drei Zellen, alle gleich groß, geht es weiter. Wenn nach unten gewachsen werden soll, bildet sich eine neue Schicht von drei Zellen, alle gleich groß, geht es weiter, etc. pp. Also die sollen eigentlich alle gleich groß sein, keine Ahnung, ob sie es sind. So, und links dieses Monstrum, das ist so ein Versuch darzustellen, was passiert, damit eine Pflanze eine Kurve wachsen kann. Das ist nämlich der einfachste Krümmungsprozess, der möglich ist beim Pflanzenwachstum, wenn wir eine drei Zellschicht dicke, gerade Geschichte haben, dann müssen halt auf der rechten Seite die Zellen länger werden und auf der linken Seite müssen die Zellen kürzer werden und dann ergibt sich automatisch eine Krümmung, weil es gleich viele Zellen sind, aber rechts sind sie länger, links sind sie kürzer, also muss rechts mehr Platz beansprucht werden, links weniger Platz und wir kriegen automatisch eine Krümmung. Also auf diesem Wege durch die Veränderung der Größe der Zellen, der Außenzellen von einem Gewebe kann dann eine Kurve gewachsen werden. Das funktioniert natürlich nicht nur mit einem drei Zellschichten dicken Gewebe, sondern das geht auch bei 30 oder bei 100, solange genügend äußere Zellen länger werden und genügend innere Zellen beziehungsweise linke Zellen und rechte Zellen, wenn man das so nennen möchte, sich verkürzen. Also ganz einfache Krümmungsgeschichte. So, das Ganze funktioniert aber auch folgendermaßen, dafür muss ich meine tolle Zeichnung etwas anpassen, denn jetzt habe ich hier ganz tolle blaue Punkte reingemalt, was eine heidene Arbeit gewesen ist, ja, und an diesen blauen Punkten daran hängt es jetzt auf, nämlich, links haben wir wieder unsere gleichmäßig wachsenden Zellen ohne Krümmung, alles langweilig, die haben alle eine gleich große Zellsaft-Vakuole, das sollen nämlich die blauen Punkte sein. Das ist im Grunde eine große Wasserblase, die sich in jeder Pflanzenzelle befindet und je nachdem, wie sehr diese Wasserblase jetzt aufgepumpt ist oder eben nicht aufgepumpt, sinkt oder steigt, je nachdem, der sogenannte Turgor, also der Zellinnendruck. Das heißt, wenn du das Ding besonders aufpustest als Zelle, dann wirst du größer. Eine Zelle ist ja elastisch, zumindest wenn es keine Holzzelle ist, die ist nicht mehr elastisch, jedenfalls nicht mehr sehr. Aber der normale Pflanzenzelle ohne Verholzung ist ziemlich elastisch und kann dann mit dem Aufpumpen der Vakuole sich ausdehnen oder mit dem Ablassen von Wasser aus der Vakuole sich zusammenziehen. Und damit können wir nun auch einen Krümmungsprozess, ohne dass ein Wachstumsprozess stattfindet, ohne dass neue Zellen gebildet werden, können wir trotzdem einen Krümmungsprozess initiieren, indem wir einfach rechts den Turgor erhöhen, in dem wir mehr Druck in die Zellvakuole pumpen, mehr Wasser reinpumpen und links Wasser aus der Zellsatvakuole ablassen, das heißt die Zellen links in meinem hässlichen Gebilde ziehen sich zusammen, die Zellen rechts dehnen sich aus und wir kriegen eine Krümmung. So, und dieser Prozess der Krümmung, der im bereits bestehenden Gewebe, ohne dass ein Wachstumsprozess stattfindet und ohne dass gleich neues Material, neues Gewebe gebildet werden muss, der ist für die meisten Krümmungen von fleischfressenden Pflanzen verantwortlich, so zum Beispiel bei unserem wunderschönen Fettkraut hier, wenn es eben am Rand seiner Blätter einfach den Blattrand einkrümmt und einklappt, das passiert eben durch diese Turgor Änderung, das heißt auf der Blattoberseite verkleinern sich die Zellen, indem sie sozusagen Wasser ablassen und ihre Vakuole verkleinern und an der Unterseite vom Blatt von uns aus jetzt gesehen vergrößern sich die Zellen, indem sie mehr Wasser in ihre Zellsaftvakuole einlagern und sich einfach ausdehnen und damit ergibt sich automatisch diese rollende Taco Einpackweise von den am Rand vom Blatt sich befindlichen Opfertieren sozusagen. Ja, aber dieser Prozess, der ist zwar deutlich schneller als ein krummes Wachstum, viel schneller als einfach nur ein krummes Wachstum, doch trotzdem muss man da eine massive Zeitraffer Aufnahme machen, wenn man das irgendwie bildlich darstellen möchte, diesen Einklapp Vorgang, das geht locker einen ganzen Tag, vielleicht auch zwei oder drei, je nach Situation, also das ist ein sehr langsamer Prozess. Unsere Fliegenfalle hingegen, die ist ja super schnell. Ja, und dafür brauchen wir jetzt wieder dieses Bild, da kann man es noch am allerbesten sehen von allen Bildern, die ich überhaupt irgendwie gefunden habe, von Venusfliegenfallen, nämlich gucken wir uns mal diese beiden Hälften an. Diese beiden Hälften könnt ihr euch als Linsen vorstellen, die in der Mitte zusammengewachsen sind. Und wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man ein bisschen, dass die nach innen konvex sind, also nach innen hebt sich ein gewisses Bäuchlein ab, und nach außen sind sie konkav, also eingewölbt. Da gibt es ja diesen furchtbaren Merksatz, der wahrscheinlich ziemlich sexistisch ist und nicht nett, aber man kann sich trotzdem sehr gut merken, war das Mädchen brav, bleibt der Bauch konkav, hat das Mädchen Sex, wird der Bauch konvex. und jetzt ist das erstens nicht böse gemeint, aber zweitens einfach um zu verstehen, wie die Form konvex und konkav funktioniert. Und jetzt ist das Ganze nach innen eben wie gesagt konkav und nach außen konvex. Damit jetzt eine schnelle Reaktion möglich ist, steht dieses Blatt, das ist ja letztendlich auch ein Blatt, diese Falle, das steht unter Spannung, also da sind recht starre Pflanzenfasern drin verbaut, die eine gewisse Elastizität haben und eine gewisse Spannung aushalten. Also wie mit einer Spannfeder sind im Inneren dieses Blattes einzelne Stränge aus letztendlich Cellulose gespannt. So und jetzt eine kleine Veränderung des Turgors, also in manchen Zellen in diesem Blatt, eine kleine Veränderung des Wasserhaushalts der Zelle und damit eine Ausdehnung oder ein Zusammensinken des Volumens der Zelle gibt es das Zünglein an der Waage, diesen Mikrometer an mehr Ausdehnung oder wahrscheinlich noch viel weniger als ein Mikrometer, damit diese unter Spannung stehende Zelle nach innen zusammen klappt, mit so einem Schnappmechanismus. Dieser Schnappmechanismus, der ist dann passiv, das ist also keine aktive Bewegung, sondern hier wurde eine Spannung wie mit einer Feder aufgebaut, die sich dann einfach entlädt. Und so ist das Pflanzenverhältnisse unglaublich schnelle Bewegungsreaktionen haben, weil es eben einfach keine aktive Bewegung ist, sondern einfach eine sich entladende Spannung. Ist jetzt eigentlich unspektakulär, man würde jetzt gerne hören, diese Pflanze kann sich einfach so schnell bewegen, aber es ist immer noch eine Pflanze und Pflanzen können sich nun mal nur sehr langsam und auch nicht wirklich richtig bewegen. Und das bleibt auch bei einer fleischfressenden Pflanze so, wenn man lange genug drüber nachdenkt. Daher, ich habe mal ein Kind getroffen, das Kind meinte, ja doch, Pflanzen können sich ja auch bewegen, so, welche denn ja eine Venusfliegenfalle, war ein sehr gut informiertes Kind, gar keine Frage, aber ja, letztendlich ist es keine aktive Bewegungsreaktion, somit nicht mit der Bewegungsreaktion eines Tieres zu vergleichen. Und auch diese Zellturgor-Änderung, das ist ja lediglich eine Änderung des Zelldurchmessers, das kann so ziemlich jeder Organismus. Also auch das hat nichts mit einer Bewegung im Sinne von einem Schritt zu tun, der ein höheres Säugetier macht, oder gar dem Flug eines Vogels oder so. Aber faszinierend ist es natürlich trotzdem. Gucken wir uns dazu nochmal das Filmchen, diesmal auch zu Ende an. Und diesmal versuchen wir bitte auch darauf zu achten, dass hier eben die Konvex- bzw. Konkavität der Blätter, wo man das sehen kann, hier sieht man es jetzt nicht so gut. Aber es wirkt sehr flach und jetzt ist es plötzlich das Bäuchlein nach außen drückend, nachdem es zusammengeklappt ist. Und jetzt, wenn es sich zusammenzieht, dann nochmal, aber hier kann man es auch schön sehen, es ist also wirklich so eine Einklapp, wie eine Linse, die umklappt, wer Kontaktlinsen hat, wenn einem die umklappen, umstülpen einfach. So ungefähr sieht das aus, im bewegten Bild finde ich, kann man es ganz gut erkennen, wenn man es weiß, worauf man gucken muss. Ich hoffe, das klappt bei euch auch und faszinierend. Also ich finde das unglaublich spannend. Hier sieht man es auch nochmal schön. Erst nach innen das Bäuchlein, jetzt nach außen das Bäuchlein, nach dem Zusammenklappen und Zusammenziehen. Das Zusammenziehen ist jeweils Zeitraffer, das geht eigentlich sehr langsam. Und wir haben ja klar, man kann die auch füttern, wie wir gerade gesehen haben, mit der Pinzette, das geht auch ganz wunderbar. Und kaum kommst du zweimal an ein Herrchen, zack, geht das Ding zu und zwar wirklich super schnell. So und zum Schluss noch ein bisschen Werbung. Ich mache ja auch Waldführung, wer es noch nicht mitbekommen hat. Und ich hätte noch am 2.4. und 3.4. 5 bzw. 7 freie Plätze für die Kalfführung anzubieten. Am 17. und 18. 4. im Harz bei Thale. Dazu kommen dann übrigens noch weitere Infos, wo jetzt genau und was das Thema der Führung ist. Das konnte ich letztes Mal ja noch gar nicht sagen. Da gäbe es noch jeweils relativ viele Plätze. Das liegt wohl daran, dass Ostern ist. Scheinbar habt ihr alle Familie und feiert mit denen Ostern. Das ist ja unvorstellbar. 14. 5. bei Siegen hätte ich noch 3 freie Plätze und am 15. 5. bei Siegen hätte ich noch 5 freie Plätze. Nehres dazu gibt es auch auf meiner Homepage. Ich wollte einfach nur mal vielleicht noch dran erinnern, falls da noch spontan Interesse bestehen sollte, noch auf eine Führung mitzukommen. Aber wie gesagt, Nehres auf der Homepage und Näheres zur Harzführung dann auch in Kürze mit noch ein paar Details, worum es da eigentlich geht. Ich möchte insbesondere die Kallführung noch mal ein bisschen bewerben. Da haben wir wirklich eine sehr vielfältige Tour mit ganz tollen Nadelwaldbeständen, die noch dastehen. Ja, das gibt es ja heutzutage wirklich nicht überall. Dafür gibt es auch gute Gründe, die wollen wir uns angucken. Wir haben ein bisschen was zu Fledermäusen, wir haben ein bisschen was zu seltenen Baumarten, wir haben ein bisschen was zu Gepachbett-Ökologie, wir haben besonders feuchte Lebensräume zwischendurch mit einem hohen Epiphytenanteil für deutsche Verhältnisse und wir haben auch ein paar ganz tolle Felsen unter und zwischendurch, die wir kriechen können. Das war jetzt ein komischer Satz, aber ich glaube, ihr versteht, was ich sagen will. Bedanke mich fürs Werbeblock Ertragen und gegebenenfalls, falls noch jemand Interesse, Zeit und Lust hat, würde ich mich sehr freuen und damit noch mal kurz zurück zu unseren Fleischfressern. Ja, und damit kommen wir dann auch langsam zum Ende. Hier noch mal unser rundblättriger Sonnentau. Der ist inzwischen durchaus sehr selten geworden in Deutschland. Das liegt einfach daran, dass er wirklich extrem nährstoffarme, intakte Hochmoore benötigt, wo andere Pflanzen nicht wachsen wollen. Das hatten wir ja besprochen. Nur dann ist dieses relativ mühsame System des Insektenfangens ein wirklicher Vorteil und nur dann kann der richtig gut wachsen. Und da solche stickstoffarmen Standorte in letzter Zeit wirklich selten geworden sind, daran liegt unter anderem auch die Düngung von Feldern. Der Dünger, der dann vom Feld in die restliche Natur gelangt, hat unser Sonnentau hier wirklich langsam Schwierigkeiten und zählt definitiv zu den bedrohten Pflanzenarten, weshalb es ja auch so wichtig ist, Moore zu erhalten, wo immer das möglich ist und zu renaturieren, wo man sie nicht erhalten konnte, sofern man das irgendwie durchführen kann, damit eben auch so hochspezialisierte Pflanzen, eine Venusfliegenfalle haben wir halt leider nicht, eben weiterhin bei uns Bestand haben können und die Vielfalt unserer Natur bereichern. Mir persönlich ist das jedenfalls ein großes Anliegen und ich denke, das ist auch ein guter Schlusspunkt, bevor das Ganze hier noch länger wird und ich bedanke mich. Vielleicht war ein bisschen was für euch dabei und wenn nicht, ist das definitiv ein Video unter Special Interest. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal, wahrscheinlich dann wieder mit einem massentauglicheren Thema. Tschüss. Tschüss. Tschüss.